14. Dezember? Gucken wir doch gleich mal rein. Kann ja nur was mega geiles drin sein. Uhu. Jo. Okay. Ne, Mann. Also das muss das geilste Spiel der Welt sein, nehm ich jetzt mal an. Weil sonst wär's nicht zum vierten Mal drin. Ich mein, das taucht jetzt echt schon zum vierten Mal auf. Und ich hab echt überhaupt keinen Bock da drauf. Ist hier irgendwas... Ah, nerv nicht. Anders? Ne, es wird halt nur schwieriger, glaub ich, von den Leveln. Aber es ist nicht irgendwie anders. Aber ganz ehrlich, dann hätte man das auch... Ja, ich will das Spiel verlassen, danke dir. Dann hätte... Stell dir vor, ich hab's Level nicht geschafft. Ähm, dann hätte man aber auch gleich das anders machen können. Ich mein, es gibt so viele Handyspiele, die so gratis sind. Ich find das halt echt ein bisschen traurig zum vierten Mal jetzt. Ich mein, wir hatten's in der Eins, äh, in der Sechs auch. In der Sechs und in der Zehn. Ja, in der Eins, in der Sechs und der Zehn und jetzt wieder. Da kann das ja morgen nur besser werden. Ich bin der Sechs und der Zehn und der Zehn und der Zehn.